Ekel-Alarm bei Bauer sucht Frau, was als romantische Auszeit zu zweit gedacht war, endet im Fiasko. Siegfried bringt Simone beim Wellnessausflug an ihre Grenzen. Mittelmaß. Fieses Bodyshaming bei Bauer sucht Frau. Siegfried, 63, lädt seine Hofdame Simone, 54, nach getaner Arbeit zu einem Wellnessausflug in eine nahegelegene Pension ein. Doch das romantische Dinner im Bademantel wird zum Liebeskiller. Der Bullenzüchter schmatzt, schlürft und kleckert. Simone, die Siegfrieds Essverhalten schon beim Scheunenfest kritisch beäugt hat, ist geradezu angeekelt, wahrt jedoch tapfer die Fassung. Aber der Reihe nach. Denn zunächst steht ein Whirlpool-Besuch auf der Tagesordnung, inklusive Fleischbeschau. Wie findest du mich denn so ohne Kleidung? fragt die gut gebaute Gebäudereinigerin, erwartungsfroh. Die Antwort des Bauern fällt anders aus als gedacht. Gut, ich finde dich schon irgendwo normal. Nicht zu dick, aber auch nicht zu schlank. Einfach Mittelmaß. Zu dem Bodyshaming ganz nebenbei bleibt der vierfachen Mutter nichts anderes übrig als betreten zu lächeln. Siegfried hingegen kommt gut bei ihr weg. Dass der Siegfried einen kleinen Bauch hat, stört mich nicht. Er hat in der Badehose eine richtig gute Figur gemacht, sagt sie wohlwollend. Siegfrieds Tischmanieren lassen zu wünschen übrig. Simone ist fassungslos. Nach dem Bad hat sich Siegfried noch ein kleines Schmankerl für seine Hofdame überlegt. In diesem Gasthof gibt es hessische Tapas. Das war mir wichtig, ihr das zu zeigen. Da bin ich gespannt, wie es der Simone schmeckt. Die gehaltvollen Häppchen scheinen der Blondine zwar zu manteln, nicht aber Siegfrieds Tischmanieren. Entsetzt betrachtet sie den schnaufenden und schmatzenden Siegfried von der Seite und schüttelt dabei leicht den Kopf. Ein Bild für die Götter Zaghaft bringt die Hofdame ihre Kritik an. Guck mal, wie es bei dir am Platz aussieht. Doch die mahnenden Worte prallen an dem gelernten Maschinenbauer komplett ab. Das ist bei uns im Odenwald normal, behauptet er lapidar. Als sich der Hesse auch noch lautstark die Finger ableckt, wird es ihr zu bunt. Oh guck mal hier, ich hab da eine Serviette für dich. Dann brauchst du nicht immer so die Finger abschlecken, so Simone's Wink mit dem Zaunpfahl. Gegenüber RTL macht sie ihrem Unmut Luft. Siegfried beim Essen. Da muss ich ihn noch erziehen. Das Auge isst ja auch mit. Wenn ich Hunger habe, kenne ich keine Grenzen. Als sie ihn darauf anspricht, gibt er sich verständnislos. Ich esse mit Messer und Gabel. Was gefällt dir daran nicht? So Siegfried. Und weiter. Wenn ich Hunger habe, da kenne ich keine Grenzen. Das ist oberstes Gebot. Basta. Simone ist etwas frustriert. Ich glaube, der Siegfried hat gar nicht verstanden, was ich von ihm wollte. Er ist schon manchmal etwas unbeholfen und muss noch einiges lernen. Das Video des denkwürdigen Bauersucht-Fraumoments kannst du dir hier ansehen. Ohne. Vielen Dank.